Hallo und herzlich willkommen und herzlich willkommen zu bei Wir Probieren. Heute mit. Zu bei Wir Probieren. Ja, das war sogar Absicht. Monster Energy Drink Special Edition, nämlich die VR46 Valentino Rossi Edition. The Doctor. Hätte ich eigentlich ein Doctor Who T-Shirt anziehen können. Ganz viele haben uns ständig gefragt, habt ihr schon, habt ihr schon, habt ihr schon? Nein. Das Ding ist rausgekommen. Und dann habt ihr schon, wisst ihr schon, wisst ihr schon? Da gibt es ein Neues. Ja, wissen wir. Verdammte Scheiße. Das dauert halt, bis so ein Video gedreht ist und bis das bei euch in der Glotze, also sprich in YouTube kommt. Im Hamel. Wir müssen das Zeug erst kaufen, dann müssen wir Bilder von diesem Zeugs machen. Seit wann kaufen wir? Statt nicht. Dann muss das Video gedreht, dann muss das Video geschnitten werden und dann muss das Video noch veröffentlicht werden. Du musst rausfixen vergessen. Genau. Und das dauert eine gewisse Zeit. Also für die an, merkt ihr noch, merkt ihr noch? Ja, wir wissen Bescheid. Dauert eben. Genau. Lange Rede, kurzer Penis. The Doctor. Gelb. Relativ. Ich finde das Design zum Kotzen. Aber da merkst du halt, also ich glaube, die haben da irgendwie einen schlechten Vertrag erwischt, Monster. Weil die haben das so zukleistern lassen, mit dem sein Branding. Ich wollte gerade sagen. Weil da ist ja überall R, R, R. Überall. Ich habe da auch gestaunt. Auf dem The Doctor, auf dem da drunter ist überall das R und da ist nochmal ein zusätzliches Sternchen mit dabei. Übel. Alles davon ist gebrandet und das gehört garantiert nicht Monster. Natürlich nicht. Aber was ich gut finde, ist die Oberfläche. Weil die Oberfläche ist halt dieses, ja, was wir schon bei der... Ja, dieses Grip Zeugs halt. Ja, bei der Zero-Ultra-Haltung. Das fühlt sich halt gut an, sie liegt gut in der Hand. Ja. Bla bla bla. 4% Fruchtsaft. Doch so viel. Das ist ja das Geilste bei den Ami-Energyrics. Ey, wir haben hier 4% Fruchtsaft drin. Das ist ein Deutscher. Schon, aber... Nein, nein. Bei den Amerikanern steht drauf Less than 1% juice. Why you bother? Wir haben unsere Rezeptur noch verbessert. Jetzt kam noch weniger als 1% Fruchtsaft drin. Go fuck yourself. Also auf den ersten riecht es nach einer Fanta. Oder so... Na, nicht nach einer Fanta, aber... Nach einer Orangenlimo. Ja, das, was jede 0815 Brauerei als Orangenlimo verkauft. Hier hast du Orange XY. Ja, so will ich das. Genau. Punkt. Ja. Und so schmeckt das auch. Mit einer leichten Zusatzsäure. Okay, also... Zu Gute halte ich diesem Produkt, dass es nicht nach Monster schmeckt. Du lachst. Nein, nicht nach einem deutschen Monster schmeckt. Auch nicht nach einem amerikanischen Monster. Die haben uns ja größtenteils gefallen. Ja, aber dieser Grund-Monster-Geschmack, der ist einfach nicht da. Also zumindest schmecke ich es jetzt nicht raus. Kann natürlich sein, dass er da ist, aber ich schmecke es nicht. Also es erinnert mich null an Monster. Oder irgendwie überdeckt auf jeden Fall. Ja. Aber ansonsten, es gibt so Magnesium-Tabletten, Calcium oder alles, was es so in Tablettenform gibt. Und wenn es nur... Es gab auch... Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, aber früher gab es so Braustabletten. Die hatten eigentlich keinen wirklichen Sinn oder Zweck. Das war einfach nur, damit du Geschmack rein konntest. Damit du Geschmack in irgendein Wasser reinmachen konntest oder in den Sprudel. Und das gab es auch mit Orangengeschmack. Und das hat beschissen geschmeckt. Und genau so schmeckt das. Ja. Also es schmeckt wie... Entweder frisch aufgelöst oder die billigste Brauerei Orangengeschmack. Also es schmeckt nicht ganz beschissen wie eine Heubrause Orange in Wasser aufgelöst. Das ist auch... Das ist auch wirklich grenzwertig. Aber es ist halt keine vollwertige Fanta oder sowas. Also das ist es einfach nicht. Es ist einfach eine billig schmeckende Orange. Billig schmeckt es ganz gut, ja. Es schmeckt... Für einen Monster schmeckt es zu billig. Also nicht, dass ich Monster zu gut hatte, dass sie Premium Produkte auf dem Markt haben. Aber wenn ich schon so eine Großfirma bin und dann einen Schwenk probiere auf Orangen Limo, dann mache ich glaube ich wenigstens gleich eine richtig gescheite Orangen Limo. Selbst der Relentless Inferno, den es ja auch nicht mehr gibt, dieser Orange. Der hat besser geschmeckt. Der war auch nicht der Knaller, aber er war auch nicht ganz so billig wie das. Also wie gesagt, es ist nicht schlecht. Es ist gar nicht schlecht. Man kann sich problemlos trinken, aber wenn man das trinkt, dann würde man... Und man hat jetzt gar keinen Anhaltspunkt, was es sein könnte. Dann würde man so über... Dann würde man wahrscheinlich am ehesten denken, ja, es ist so eine Orangen Limo, die so... Pfff... Allerdings 60 Cent kostet. Allerdings... Genau das ist das, worauf ich jetzt hinaus wollte. Dafür, dass du für die Dose was zahlst? 1,60, 1,80, was auch immer. Monster kostet normalerweise so 1,60 bis 1,90. Genau. Also dafür, dass du hier einen billigen Fanta-Orangen Limo verschnitten bekommst, ist es, dass dieses Geld definitiv nicht wert ist. Für das Geld kriegst du was Besseres. Was viel Besseres. Und diese... Wie heißt denn die? Freeway? Wobei Freeway ist ja noch relativ gut. Wie heißt der Scheiß vom... Warte mal, gibt's Freeway ist Lidl, oder? Freeway ist Lidl. Wie heißt der Scheiß vom Aldi? Flirt. Flirt. Flirt Orange. Da kostet, glaube ich, 1,5 Liter kostet so um die 60 Cent. Genau. Wenn es überhaupt ins Leben kommt. Das schmeckt besser. Das schmeckt besser. Und du hast es dreifach. Ja. Ne, Leute. Also... Das ist echt... Also wie gesagt, ich halte ihm zugute, dass es nicht nach Monster schmeckt. Und prinzipiell ist es ja auch nicht schlecht. Als ich den umsonst beurteilt habe, war irgendeine Promo-Aktion von einem Getränkehändler. Da hat er ein paar Solidosen verschenkt. Da habe ich mir das genommen. Das war okay. Das kann man mal mitnehmen. Aber ich würde es niemals kaufen. Das ist mir das Geld nicht wert. Es ist okay. Schmach ist voll nicht okay. Aber eben nicht für diesen Preis. Genau. Weil es ist halt... Wenn ich eine Fanta haben will, kaufe ich mir eine Fanta. Und die Fanta schmeckt besser. Und was ist weniger. Oder ich kaufe mir eine echte Orangenlimonade. Eine gescheite. Ja. Eine Nau. Was auch immer. Genau. Oder beziehungsweise Nau. Genau. Alles ist besser als das. Ja. Ne. Die Monster-Hater wieder. Zurecht. Zurecht. Jetzt ist es wieder mehr göttlich. Alles ist wieder auf dem Weg. Aber die Monster-Hater wieder. Die Monster wird die Monster-Hater nach der Zeile. Leg ihm wieder hoch wie viel geboren. Der Geister wird den Kopf zu verdogen. Die Monster-Hater hat sich fremdurcht. Die Monster-Hater. Die Monster-Hater werden die Monster-Hater nicht verkются. Die Monster-Hater hat sich im Großen nicht eingepflicht. Das war das dann. Das war das Ding. Der Weg ist ein Schmacher. Der Weg ist einig. Und das war das. Das war das Video ist sie.